Die Gazprom Aktie hat sich relativ gut entwickelt in letzter Zeit. Wenn man bedenkt, 2018 war ja ein schwieriges Aktienjahr und Gazprom ist eine Aktie aus den Schwellenländern, aus Russland und dafür hat sich die Gazprom Aktie eigentlich in letzter Zeit überdurchschnittlich entwickelt und es läuft ja auch relativ gut oder eigentlich sogar ziemlich gut bei Gazprom, fast alles, aber jetzt gibt es eben doch wieder gewisse Unsicherheiten, weil sie wissen, Gazprom baut eine zweite Pipeline nach Deutschland, Nord Stream 2 und den USA, denen gefällt das nicht so. Die drohen da schon länger mit Sanktionen und jetzt hat der US-Botschafter in Deutschland auch die Firmen hier, die mit Gazprom zusammenarbeiten, würden direkt angeschrieben und er hat mitgeteilt, ihr wisst schon, dass wir gegen euch auch direkt Sanktionen verhängen können, wenn ihr dieses Pipeline-Projekt unterstützt und das heißt natürlich, der Druck aus den USA, der nimmt jetzt offensichtlich zu. Was heißt das für uns? Was heißt das für uns vor allem als Anleger, wenn wir vielleicht Gazprom Aktionäre sind oder das noch werden wollen unter Umständen und darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Ich habe hier im Oktober das letzte ausführliche Video gemacht zu Gazprom, da ging es um einige grundlegende Dinge, um die Bewertung natürlich, die sehr niedrig ist, die Vorkommen, die Gazprom hat, Reserven, die sind ja sehr groß, Investitionsplanung, die Cashflows, was meiner Meinung nach ganz entscheidend ist und ein ganz wichtiger Punkt und auch die Risiken, tatsächliche Risiken und vermeintliche Risiken und was wir auch gemacht haben, ein Vergleich zwischen Gazprom und Novatec. Novatec ist auch eine russische Erdgasaktie, ist aber ein Privatunternehmen, ist viel kleiner als Gazprom und was das Verrückte ist, Novatec ist an der Börse fast schon genauso viel wert wie Gazprom und da haben wir uns gefragt, ist Novatec vielleicht sogar die bessere Aktie und wir haben das mal gegenübergestellt. Den Beitrag gibt es in schriftlicher Form als Zukunftsmärkte-Report finden Sie im Archiv auf www.zukunfts-märkte.de, Märkte mit A, E nicht mit E und was wir da bei den Reports grundsätzlich machen sind Analysen, hauptsächlich Einzelaktien, kommt regelmäßig und ältere Beiträge dann im Archiv jeweils und das ist auch alles umsonst, finden Sie bei www.zukunfts-märkte.de Link hier auch nochmal unter dem Beitrag, man muss sich nur einmal anmelden. Aber jetzt, jetzt mache ich hier den neuen Beitrag zu Gazprom und ja, ich sitze hier draußen schneiz, es ist relativ kalt auch für unsere Verhältnisse und wenn man da so sitzt im Winter, da ist man froh, dass man es warm hat und das Haus hier wird auch beheizt mit Erdgas, das von den Stadtwerken kommt, aber die haben jetzt auch keine eigenen Erdgasquellen, die kriegen es auch von jemand anderem und da ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieses Erdgas mit dem mein Haus warm gehalten wird auch von Gazprom kommt und bei Ihnen zu Hause ist es möglicherweise auch so. Der Marktanteil von Gazprom in Deutschland, der liegt bei 40% mit steigender Tendenz. Der Marktanteil wächst also trotz politischer Konflikte, die wir haben mit Russland und diese Konflikte, die gibt es aber eben natürlich und das Ganze wird so wie es aussieht momentan auch nicht besser und da kann man sich schon mal fragen, wie endet das Ganze. Also ich zum Beispiel sitze ich jetzt dann irgendwann mal da im Winter und mache meine Videos mit Schal und Mütze und kratze dann vielleicht auch das Eis immer regelmäßig von der Kameralinse, das ist alles sehr theoretisch, das kann man belächeln natürlich, aber im Prinzip diese Abhängigkeit ist da. Es gibt eine starke Abhängigkeit von ganz Europa, von Erdgas aus Russland. Russland in einer Zeit, in der wir uns nicht grün sind, politisch. Man muss fairerweise aber auch sagen, seit dem Ukraine-Konflikt, es ist nie im Raum gestanden, dass Russland uns nicht mehr mit Gas beliefern würde. Das war nie ein Thema und ist nie angedroht worden, auch Gazprom Russland, die haben das nie ernsthaft in Frage gestellt, auch nicht im Ansatz. Und wenn man die Versorger hier bei uns fragen würde, die das Gas haben wollen aus Russland, also die OMV, Winterschall, Juniper, die würden einem sehr wahrscheinlich sagen, Russland ist für uns kein riskantes Lieferland. Russland ist ein sicherer Gaslieferant. Da haben wir Sicherheit und das zeigt auch die Erfahrung seit Jahrzehnten, auch im Kalten Krieg, war es schon so, trotz aller Probleme, das Gas kommt immer. Russland ist in der Hinsicht zuverlässig. Aber grundsätzlich trotzdem, die Abhängigkeit ist da und ich zeige Ihnen hier nochmal Marktanteil von Gazprom in Europa. Gazprom ist hier hellblau. Wir haben ganz unten die europäische Eigenproduktion von Erdgas, die schrumpft. Und in Türkis haben wir Flüssiggasimporte, die steigen auch nicht, so wie man sich das vielleicht denken könnte, sondern der Marktanteil von Flüssiggas geht hier auch zurück. Aber Gazprom, der Gazprom Marktanteil, der steigt, der steigt deutlich und zwar trotz der Ukraine-Krise, die ging los 2014 und trotzdem Anstieg Marktanteil von 2012 bis 2017 von 26% auf 35%. Das ist viel, das ist mehr als ein Drittel. Uns geht ja auch um riesige Volumina in dem Geschäft. Und was wir auch schon wissen, 2018 da gab es nochmal ein Exportrekord von Gazprom, also die Exporte insgesamt, die sind jetzt gestiegen auf über 200 Milliarden Kubikmeter und wir wissen auch, dass dieses Niveau die nächsten Jahre wahrscheinlich auch erreicht wird, weil das nämlich größtenteils schon über Verträge abgedeckt ist. Und über diese Verträge hinaus, da gibt es aber noch extra Anfragen und da geht es nochmal um 50 Milliarden Kubikmeter. Also die Abnehmer hier, Abnehmer von russischem Erdgas, die können gar nicht genug kriegen und auch deshalb soll es ja diese neue Pipeline Nord Stream 2 auch geben. Und die hätten die USA aber gern verhindert mit dem Argument, es kann ja nicht sein in der politischen Lage, dass sich da Deutschland, also Deutschland speziell, noch mehr abhängig macht von Erdgas aus Russland, nur weil es billiger ist. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, das ist ein durchschaubares Manöver von Donald Trump, der will einfach nur Flüssiggas verkaufen hierher, also verflüssigtes Fracking Gas. Das wäre natürlich schön für die USA, aber das greift meiner Meinung nach schon ein bisschen zu kurz. Der Konflikt mit Russland, der ist ja da, der politische. Und das ist ja auch Konsens, Konsens zwischen den USA und der Europäischen Union. Und insofern ist das Ganze natürlich schon auch konsequent. Es macht ja keinen Sinn, wenn man Sanktionen gegen Russland verhängt, einerseits. Und wenn man dann aber andererseits zusammen solche Pipelines baut. Und das ist auch nicht nur eine Idee vom Weißen Haus, von Donald Trump, sondern das ist durchaus parteiübergreifend in den USA, dass man das so sieht. Und was das Flüssiggas betrifft aus den USA, es gibt hier Terminals in Europa, es kommen auch neue dazu noch für Flüssiggas, aber das funktioniert momentan sowieso noch nicht so richtig. Das US-Flüssiggas ist relativ teurer, wie gesagt, teurer als Pipeline-Gas von Gazprom. Und das meiste Flüssiggas aus den USA geht ja auch nach Asien momentan. Da ist die Nachfrage sehr hoch, die steigt auch. Da sind auch die Preise höher. Und solange das so ist, und wahrscheinlich bleibt es auch erstmal so, werden die USA überwiegend Asien beliefern. Und das wäre hier für die USA sowieso auch kein großartiges Geschäft. Und die Vereinigten Staaten sind auch nicht die einzigen, die gegen Nord Stream 2 sind. Das ist ja schlecht, diese Pipeline zum Beispiel für die Ukraine auch. Es geht da ja auch um die Umgehung der Ukraine als Transitland für Erdgas. Dann Polen hat protestiert gegen die Pipeline, die baltischen Länder haben protestiert, Dänemark. Wir haben jetzt zehn Länder insgesamt allein in der EU schon, die gewarnt haben, eindringlich vor dieser Pipeline. Plus dazu noch die EU-Kommission, die eigentlich auch dagegen ist oder die zumindest auch ihre Bedenken hat. Und das Bemerkenswerte an der ganzen Geschichte ist ja nicht, dass die alle was dagegen haben, gegen die Pipeline, sondern dass Deutschland das trotzdem durchziehen will, auf Biegen und Brechen. Deutschland will die Pipeline unbedingt und verteidigt die schon immer vehement. Hat sich ja auch einen Kleinkrieg geliefert, in der Regel recht mit der EU-Kommission, als es da um die Zuständigkeit ging für diese Pipeline. Und auch sonst, Deutschland verbittet sich da eigentlich schon lange jegliche Einmischung. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass der Ton schärfer wird. Das wundert einen natürlich auch nicht, dass da der Ton mal scharf wird bei der Regierung. Aber es ist auch umgekehrt so. Und die Lage ist nach wie vor so. Es sieht nicht so aus, als wäre Deutschland da gewählt, von seinem Standpunkt abzurücken. Und Angela Merkel, die hat erst jetzt auch in Davos wieder gesagt, also wir steigen aus der Kernenergie aus, wir steigen aus der Kohle aus, wir brauchen jetzt mehr Erdgas. Und das wird weiter aus Russland kommen. Vielleicht auch eines Tages mal aus den USA irgendwann. Aber insofern klare Ansage von der Kanzlerin. Deutschland will diese Pipeline. Auch wenn sie das so direkt nicht gesagt hat. Also, was kann jetzt passieren? Wie geht das aus? Ich würde sagen, es gibt ein Restrisiko, dass der ganze Konflikt um diese Pipeline eskaliert. Die USA könnten wirklich sagen, wir verhängen jetzt Sanktionen auch gegen die Partner von Gazprom, auch gegen Shell, Juniper, Winterschall, OMV. Das wäre ein harter Schritt natürlich. Würde das Projekt schon auch hart treffen. Gazprom hat zwar mal gesagt, zur Not finanzieren wir die Pipeline auch allein. Das nimmt von den Partnern dann schon den Druck weg. Die sind dann keine Projektpartner mehr. Aber es würde dann schon schwieriger werden. Und das Ganze ist immer noch irgendwie möglich. Die USA sind da relativ unberechenbar zur Zeit. Aber es hätte natürlich auch Folgen. Weil umgekehrt, wie gesagt, die Bundesregierung, die zeigt da auch schon seit Jahren, dass sie da ganz empfindlich ist bei dem Thema. Und die Reaktion wäre dann eben auch dementsprechend. Mich hat das auch immer wieder überrascht eigentlich die letzten Jahre, wie rigoros Deutschland da ist, wenn es um diese Pipeline geht. Aber Deutschland steht auf diesem Standpunkt und wahrscheinlich bleibt das auch so. Meine Vermutung ist, wie gesagt, ein gewisses Restrisiko ist da. Aber am Ende werden Russland und Deutschland diese Pipeline wohl durchpauken. Und es ist auch schon relativ spät, wenn man die jetzt noch stoppen will. Die Genehmigungen sind durch. Es wird auch schon lang gebaut. Die Rohre unter der Ostsee, die werden verlegt. Also es wäre teuer und es wäre natürlich auch irgendwo relativ absurd, auch wenn man den Bau da jetzt noch abbricht. Es hätte hohe wirtschaftliche Kosten, es hätte hohe politische Kosten. Und darum, ich glaube nicht so richtig, dass man das wirklich stoppt. Das wäre schwierig und es wäre ein entsprechender politischer Flurschaden. Auch nochmal mit viel Verstimmung auch innerhalb des westlichen Bündnisses, was Gazprom selber betrifft. Auch da wäre der Schaden natürlich groß. Also es wären Milliarden Schaden. Aber der würde Gazprom jetzt auch nicht umbringen. Man kann Westeuropa immer noch versorgen mit Erdgas, mit den bestehenden Pipelines. Es wäre wahrscheinlich aber, was die zukünftige Expansion betrifft, dann schon schwieriger. Und von der Strategie her wäre es wahrscheinlich auch so, dass Gazprom sich dann etwas abwenden würde, zumindest von Westeuropa und sich eher verstärkt dann hinwenden würde in Zukunft nach Asien, nach China. Das macht man natürlich jetzt schon. Aber das käme wahrscheinlich noch verstärkt dann. Und wir haben hier mal ein Jahreschart von Gazprom in Euro. Und da sehen wir diese Drohungen aus den USA. Das war ja in den letzten Wochen erst. Da hat der Markt auch überhaupt nicht darauf reagiert. Stattdessen haben wir sogar einen deutlichen Anstieg wieder in den letzten Wochen. Der Markt offensichtlich, der glaubt also auch nicht dran, dass das bedrohlich ist, diese Situation und dass es irgendwie Konsequenzen hat, die schwerwiegend sind für Gazprom. Vielleicht sieht man es zu locker am Markt, weil man da denkt, naja, bis jetzt ging das noch immer gut mit Gazprom. Gazprom ist da noch nie was passiert. Vielleicht nimmt er das zu wenig ernst. Aber wir können zumindest mal festhalten, der Markt nimmt es nicht ernst. Worauf der Markt reagiert hat und zwar positiv reagiert, das sind neue Unternehmensmeldungen oder die Meldungen von Gazprom in den letzten Wochen. Wie gesagt, Rekordlieferungen zum Beispiel 2018. Dann Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen. Der dürfte gestiegen sein im letzten Jahr um über 60%. Dann sagt Gazprom, man wird wieder einen freien Cashflow haben oder man hat wieder 2018 freien Cashflow gehabt von über 5 Milliarden Dollar und das ist elementar wichtig, siehe mein letztes Gazprom Video. Und dadurch auch theoretisch die Chance auf höhere Dividenden demnächst. Wir haben jetzt eine Dividendenrendite von 5% ziemlich genau, wenn wir die Dividende nehmen, die für 2017 ausgeschüttet worden ist, im letzten Jahr. Könnte aber dieses Jahr eben, weil wir wieder positiven Cashflow haben, auch noch höher sein. Und damit haben wir mit Gazprom insgesamt eine Aktie mit viel Substanz, mit enormen fossilen Reserven. Eine Dividendenrendite wahrscheinlich in Zukunft über 5%. Ein Kursgewinnverhältnis von unter 3, wenn wir die Schätzungen nehmen, für 2019 und ein Kursbuchwertverhältnis von 0,3. Also ein 70%iger Abschlag auf den Buchwert. Wir haben aber natürlich auch eine Aktie mit Risiken. Das Pipeline-Risiko haben wir hier heute behandelt. Die anderen Risiken schaffen wir nicht mehr heute, zumindest nicht mehr in dem Beitrag. Die behandeln wir jetzt dann auch als Zukunfts-Märkte-Report. Wie gesagt, da einfach anmelden www.zukunfts-märkte.de. Und in dem neuen Report demnächst, nächste Woche, da schauen wir uns nämlich an, wie ist es mit der Verschuldung bei Gazprom, wo stehen wir da? Dann der Rubel? Gibt es ein Rubelrisiko? Ist es gut, wenn der Rubel fällt oder ist es schlecht, wenn der Rubel fällt? Wir schauen uns an, wie sieht es mit den Gaspreisen aus? Was ist da zu erwarten? Und wie ist das mit Gazprom und dem Kreml? Also diese faktische Kontrolle durch den Kreml? Hat das für die Aktionäre nur Nachteile oder hat es vielleicht auch Vorteile? Das alles, wie gesagt, zu dieser sehr spannenden Aktie im nächsten Zukunfts-Märkte-Report. Und hier, hier auf YouTube, da sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn Sie wollen. Und da schauen wir uns an, Chinas Netflix. Welche Aktie ist das? Erstens, und haben wir da vielleicht als Aktionäre die Chance, dass sich diese chinesische Aktie auch so entwickelt demnächst, wie die echte Netflix in den USA, die ja sich ganz fantastisch entwickelt hat in den letzten Jahren. Also wieder reinschauen nächste Woche, Kanal abonnieren am besten gleich und dabei auf die Glocke drücken. Da sehen Sie dann, wenn der Netflix-Beitrag da ist und auch die vielen anderen Beiträge, die ja auch kommen werden in Zukunft. Und was Gazprom betrifft, wir als Anleger, wir werden das große Weltgeschehen nicht ändern, sehr wahrscheinlich. Was wir tun können, ist, dass wir uns informieren, immer regelmäßig, dass wir versuchen zu investieren, da wo wirklich Wertschöpfung stattfindet. Und vielleicht ist der eine oder anderen von Ihnen ja auch investiert bei Gazprom. Und wenn Sie es nicht sind, dann hoffen wir trotzdem alle auf Gazprom und drücken uns die Daumen, dass uns Gazprom zumindest auch in Zukunft noch die Hütte heizt. Auch in Zukunft. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe, warme Wintertage und wie immer bis bald. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.